Hinter dem ersten Türchen in unserem Adventkalender finden wir ein Gedicht von Werner Thieke Heiliger Weihnachtsstress Hoch droben aus der Himmelslug, der Petrus auf die Menschen guckt Sie eilen hin, sie eilen her und machen sich das Leben schwer Nie Rast, nie Ruh, ihm wird ganz bang und das geht ein Leben lang Ich muss was tun, sprach er zu sich, genau, ich schick den Doktor Licht Der hat mit Ruh und Arbeitslust bis jeher ein Rezept gewusst Nicht nur im Himmel, auch auf Erden, heilte er klein und groß Beschwerden Er wird schon wissen, was zu tun, dann kann ich endlich wieder ruhen Und eins, zwei, drei kommt er bei Nacht und hat die Liebe mitgebracht Alsbald verschwinden Hast und Eil Der Weihnachtsstress war nun vorbei Ich wünsche jedem, so ich sage, Besinnlichkeit und frohe Tage Ho, ho, ho